Grundsätzlich ist Markus ein Mensch, der den Mantel aufmacht und rausgeht mit freier Brust. Und davon gibt es wenige Menschen, die streitbar sind, die ihren Mund aufmachen, die irgendwie Haltung beziehen oder Stellung nehmen. Also all diese Dinge zeichnen ihn sicherlich aus. Das Werk Lüppertz ist ja eine Größe, da müsste ich mich nicht im Ansatz in die Nähe schieben oder mich da vergleichen, aber es sind auch einfach 50 Jahre und bei mir sind es jetzt gerade mal vielleicht 15 Jahre oder so. Aber ich glaube beide oder wir beide suchen die Reibung nach draußen und das zeichnet uns beide aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017